Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Dienstag, dem 31. Oktober. Guten Morgen, Geek Talk Daily. Ich habe heute sieben Technik-News für euch vorbereitet. Wir beginnen bei Access Mars, gehen zu Amazon, zu Windows 10, zu Skype, zu Samsung, zu Nintendo und schließen mit Apple. Wir beginnen, wie gesagt, bei Google bzw. beim Access Mars-Projekt und offensichtlich setzt Google wieder auf das Thema Weltraum stärker bzw. auf fremde Planeten. Im Endeffekt ist es möglich, sich die Fahrt bzw. die Fotos des Mars-Rovers Curiosity anzuschauen in 360-Grad-Aufnahmen mit WebVR, alles drum und dran. Eigentlich eine recht spannende Sache. Einerseits sieht man tatsächlich sogar den Roboter, aber auf der anderen Seite eben auch die Bilder, die dieser Roboter gemacht hat. Trägt ein bisschen quasi zur Breitenbildung bei. Man kann sich ein bisschen anschauen, was aus dem Mars los ist. Es ist ein relativ dröger, langweiliger, roter Planet. Trotz allem wäre halt sonst schon die Chance, fremde Planeten zu sehen. Google macht es jetzt in einer breiten Öffentlichkeit verfügbar. Finde ich ein recht spannendes Projekt. Kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Wir kommen zu Amazon und die sind aktuell dabei oder wollen ein neues Top-Level-Domain für sich kaufen, nämlich .amazon. Man kann sich vorstellen, für die wäre das relativ praktisch. Man könnte dann zum Beispiel music.amazon, video.amazon oder books.amazon machen. Auf der anderen Seite gibt es aber Probleme, weil Amazon orientiert sich ja am Amazonas vom Namen her, dem zweitlängsten Fluss der Welt mit der größten Menge an Wasser. Jeff Bezos hat diesen Namen absichtlich gewählt. Im Endeffekt wollte er mit seinem Unternehmen auch das größte Unternehmen der Welt werden. Er ist ja damit auf einem ganz guten Weg. Vor allem Argentinien, Brasilien und Peru lehnen sich da jetzt aber dagegen auf quasi. Das sind Amazonas Anrainerstaaten und die haben jetzt quasi bei der ICAN, das sind die, die die Top-Level-Domains vergeben, seitdem sich das nicht mehr die USA macht seit 2016. Ja, die lehnen sich dagegen darauf auf. Wettbewerb-Süter haben das Ganze jetzt geprüft. Die kommen aus den USA, muss man sagen. Die sehen daraus jetzt nicht das große Problem. Trotz allem, die Entscheidung wird bei der ICAN liegen. Die hat sich bisher verweigert, die Amazon-Domain zuzusprechen. Amazon selbst hat angeboten, den betroffenen Ländern zu helfen, Punkt Amazonas, Punkt Amazonia oder Punkt Amazonica zu registrieren. Weil man muss nun mal sagen, Amazon selbst ist ja mal nur ein Markenname, beziehungsweise ein Künstlername, wenn man so will. Weil eben, es ist zwar an den Fluss angelehnt, hat aber nicht direkt den Namen des Flusses, weil der hieß dann mal eben Amazonas. Und da würde man ja die A nach einer Staaten unterstützen, dass sie diesen geogeschützten Begriff quasi für sich registrieren könnten. Wir kommen zum Windows 10 Store und dort wird ja vor allem Software angeboten. Jetzt haben fündige Entwickler quasi dort Platzhalte gefunden, dass dort auch Hardware angeboten werden könnte. Grundsätzlich ging es ja relativ schlau. Google bietet ja quasi auch im eigenen Store dann auch Hardware an und nicht nur Software. Warum sollte Windows das nicht auch machen? Wir bleiben bei einem Microsoft-Produkt, kommen aber zu einem ganz anderen, nämlich zu Skype. Und Skype hat in den letzten Wochen und Monaten schon auf den mobilen Endgeräten, also unter iOS und Android, ein völlig neues, sehr buntes, sehr snapchatiges Design getestet, möchte ich mal sagen. Und seit gestern ist dieses Design jetzt auch in der Ausrollung für Mac und für Windows, also quasi für die Desktop-Version. Ja, ihr werdet es so oder so bekommen, ihr könnt euch nicht dagegen wehren. Mir persönlich gefällt das neue Design gar nicht, schon gar nicht am Desktop. Aber ja, vielleicht ist es auch nur Gewöhnungsfrage und man kann sich daran gewöhnen. Wir kommen zu Samsung und die haben mit iFixit jetzt ein Upcycling-Programm gestartet. Galaxy Upcycling heißt das Ganze. Grundsätzlich geht es darum zu sagen, ja, Geräte, die man quasi nicht mehr einsetzt, sind ja noch nicht am Ende. Man möchte für die Geräte neue Einsatzzwecke bieten und man möchte für die Geräte auch Software bieten, wo man dann eben andere Dinge daraus machen kann. Ich glaube, das kennen einige Nutzer ganz gut, ich kenne das hier auch ganz gut. Und in dem Haushalt hier zum Beispiel gibt es auch einige alte Tablets oder sehr günstige Tablets oder was auch immer, die nicht mehr als Tablet arbeiten, aber zum Beispiel irgendwie Smart Home Remote irgendwie, also halt irgendwie als glorifizierte Fernbedienung quasi, auch wenn man sich das eine oder andere Amazon-Tablet anschaut, irgendwie für 30, 40 Euro, da kann man ja sehr schnell auf alternative Einsatzmöglichkeiten kommen, da jetzt auf sowas zu gehen quasi. Und gemeinsam mit einem Hardware-Provider, der dann auch irgendwie Ersatzteile anbieten soll, irgendwie sowas zu bieten, Bastellösungen herzuzeigen oder halt auch Software zu bieten, denen speziell für einen anderen Einsatzzweck ausgelegt ist, finde ich grundsätzlich eine recht nette Idee. Wir kommen zu Nintendo und die sind jetzt quasi beim Bekanntgeben ihre Quartalszahlen und haben Gott sei Dank Positives zu berichten. Es gibt einen großen Anstieg des Gewinns und auch des Umsatzes quasi. Man hat 35% zugelegt, der Gewinn liegt jetzt bei 390 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr eben ein Gewinn von 35%. Hauptgrund für das Ganze ist vor allem die Nintendo Switch, die verkauft sich sehr, sehr gut. Wie es aussieht, wird die im ersten Jahr ihres Daseins quasi, also bis nächsten März, wenn man sich die neuen Gewinnanpassungen ansieht und die neuen Gewinnherausgaben quasi ansieht, wird die wahrscheinlich im ersten Jahr so oft verkauft, wenn wir die ganze Nintendo Wii U in ihrem ganzen Lebenszyklus. Von daher, ja, man hat offensichtlich das richtige Pferd gesetzt, die Hardware läuft gut. Schön, dass sich Nintendo so erholen kann. Wir schließen heute mit Apple und da gibt es eine etwas absonderliche News. iOS 11.1 ist ja gerade immer noch im Beta-Test und wahrscheinlich wird die Software auch im Laufe der Woche veröffentlicht werden, sogar heute. Ich nehme mal schwer an, dass sie das vor dem iPhone X am Freitag noch tun werden. Das ist eine reine Vermutung meinerseits als Apfel-Talk-Redakteur und Journalist quasi. Und überraschenderweise haben die gestern Abend aber bereits die Beta für iOS 11.2 herausgegeben, zumindest für Entwickler. Ja, obwohl 11.1 immer noch im Beta-Test auch noch ist, das hat man schon quasi auf die nächste Version zurückgegriffen. Warum sei da hingestellt? Vielleicht tatsächlich eben, weil 11.1 quasi schon vom Tisch ist und nur noch nicht released wurde. Was sich mit 11.2 ändert, kann man noch nicht sagen. Es gibt noch keine großen Erkenntnisse darüber. Wir gehen immer mal davon aus, dass da quasi jetzt die Features, die zwar versprochen wurden, aber noch nicht veröffentlicht wurden, da jetzt drinnen sein werden. Apple Pay Cache, das ist für uns jetzt vielleicht nicht so interessant. Und vielleicht wesentlich interessanter, aber zum Beispiel auch die Unterstützung quasi von iCloud, also die iMessages in der iCloud. Da sollte es ja einen Sync geben, der war in der Beta schon da, wurde dann deaktiviert, war jetzt auch in 11.0 nicht drinnen, war auch in 11.1 nicht drinnen. Vielleicht kommt das Ganze dann mit 11.2. Das war's für die heutige Ausgabe. Sofern ihr irgendwie Halloween feiert, wünsche ich euch ein frohes Halloween. Trotz Feierter gehören wir uns morgen am 1.11., also an aller Heiligen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag und einen schönen Ausklang des Oktobers. Bis morgen. Ciao. Hört mehr Geek Talk.